Haha Oh, ein Emote, willst du ein Yada? Yada, muss das sein? Ja, sein Dance Emote hab ich bekommen Das hab ich ja auch schon Ah ja, ich hab mir einen neuen Skin from Mercy geholt Oh nein Doch So, ich mach mal weiter Ja, wenn ich den ganzen Abend schon Mercy spielen muss Ja, einer muss ja was deutschsprachiges nehmen Ah, wo, ich war Weinert, mal kurzzeitig, ja Deine Logik ist herrlich Meine Logik ist die beste Hm Du weißt doch, der Feind darf keine Atombobben besitzen, um sie auf andere Stelle zu werfen, weil ich das schon tue Immer Gandiv, 1945 Mhm Ja, Blizzard, super, ihr könnt echt gut zählen, muss ich wirklich sagen Jetzt bin ich hier immer drauf geschätzte Wartezeit Ja, geschätzt, grob geschätzt, brauchen wir noch 200 Minuten, um euch was rauf zu suchen Das wird eigentlich nicht die Q-Times von Heroes haben, die ja mittlerweile besser geworden sind, wohl gemerkt, aber... Wow Ich fand's halt so cool, wenn wir 10 Minuten ein Match gesucht haben Hahaha Ich meine gut, es war ein Typ dabei, der aus dem Raster rausgerutscht ist, weil er das mitten im Match gequittet hat Aber trotzdem, aber trotzdem 10 Minuten warten ist schon geil Du fühlst dich einfach wie ein Idiot Ich bin da 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 Da kannst du doch jetzt mal ein bisschen Blödsinn machen Ja klar Ist hier jemand? Marco, kommst du hier zurück, hier ist was? Ja, hier ist Soldier 74 Ah, immer diesen Matches die man bekommt, wenn es übrigens gefakt wird, ey Oh, Azos war ein Punkt der O-Bahn... Ja... Pfff... Ich soll Soldier an ihm sagen werden... Also machst du das auch? Ja... Dann darf ich ja mal heilen... Ja... Oh ja, Winston kann ja ziemlich gut sein auf dem Map... Also wir sind ziemlich Overwatch in der Old Days... Mit Reaper halt, ne? Obwohl, der macht Farrah keinen Sinn, aber egal... Farrah gibt überhaupt keinen Sinn, müsste Anna dafür da stehen... Ja... Da müsste Anna einfach stehen... Die alte Oma... Ja, Grandma... Grandma... Ah, schöne Kirsche aus dem Schwarzwald, ey... Best... Ernsthaft, Affe... Ja... Aber die ist noch der Monkey... Er ist ein fucking Monkey... Ich sehe dich in Hell... Ich sehe dich in Hell? Hi... Get off my lawn... Sucker... Wir haben nur die Hälfte von meinem Mousepad zur Verfügung, ne? What? Ich habe dich! Sieht der Reaper aus, ey... Wir sind falsch schrafen... Hm... Hm... Du brauchst einen Doktor? Oh, Winston... Geht jetzt gleich... Und dann nicht aus... Lass mich mit dir... Ich schaue dich auf die Seite... ... und dann nicht aus... Ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Was ist kaputt? Was ist denn das? Wo ist eigentlich unser Winston hin? Nein nicht! Was ist denn das? Ich hab ja hüpfen jetzt so dritt wie die letzte Idioten rum und irgendwie suche ich unseren Affen. Was ist jetzt mal erledigt? Wie gut ist es? Ich kann den Punkt leider nicht alleine annehmen. Juff, ich weiß ja nicht wo Winston ist. Was ist immer noch nicht drauf gegangen? Oh man du Motherfucker komm her. Ja. Endlich. Was ist denn ja da? Hau mit deinen Orbs, falle keiner rein. Ich booste dich. Hau mit deinen Orbs, falle ich. Hast du das? Ja. 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 Oh no. Immer unterbricht mich jemand bei der Arbeit. Immer unterbricht mich jemand bei der Arbeit. Ja. Du bist so gut von dem. Ja. Ja. Winsen gefällt mir. Wer ist wer? Der Winsen gefällt mir. Ja der machte die schön schmerz hier, Lafe. Ja. Ja. Das war ein Taktikus-Error? Ja. Ja. Hi Tracer. Was war's mal eine Fade-Ulti? Guck mal. Ich bin der Dester-Ulti. Oh, geil. Vor allem mit der Genji, wir kriegen doch immer nur ein Fokus, ne? Hm. Oh, überlebt. Wunder. Wenn wir gestorben werden, dann können wir wieder überleben können. Oh, das ist doch nichts. Ich höre gar nicht zu sterben. Ich habe gerade einen guten Kilt geholfen. Oh. Ich ruße dich neu, ich habe gerade nichts zu heilen. Da kommt unser Ninja-Hüpfer wieder. Hm. Der hüpft alle. Ah, mehr Ferro nach oben. Interessant. Mercy, ja genau. Mercy war gerade gerade drüber. Ui, die ist ready bei mir. Ich will nichts zum Gegner-Team sagen, aber die nehmen sich richtig wie die letzten Idioten. Das ist doch gut. Oh, wir haben es einfacher durch, aber... oh je. Klar. Hat natürlich für mich gesucht, ist klar. Bis nochmal. Äh, ich wurde vom Hügel gekillt. Äh, nehmen wir vom Hündchen. Ach, das wurde auch erledigt. Naja, das... das Wheel hat nur mich gesucht. So, und du hörst auf immer zu sagen, dass wir sie auseinander nehmen. Ach so. Ja, Karma. Da verlieren wir nämlich noch immer am Ende. Das ist ja immer so gewesen. Aber ich glaube in diesem Fall... In diesem Fall ist Karma auf unserer Seite. Hey, Anna. Boah, einfach mal weggefahren den Typ. Ah, oh shit. Oh shit. Oh shit. Weg mit dem Weg mit dem Schlager. Nice. Das war eine gute Runde. Das war eine easy Runde irgendwie. War cool. Denn diesmal war Karma auf unserer Seite. Hahaha. Also, ist ja, ich sehe es mal gut. Und wenn ich mal sage auf dem Weg, oh geht easy oder ja wird easy und dann... Ja, die Frasche, Alter. Das Ding, da muss immer einfach ruhig sein, was oder was? Ja, bereit für den Combat-Marifers. Job wird gut. Ja, der Zenniade war auch sehr sinnvoll. Ja und der Afe auch. Das war allgemein eine gute Teamleistung. Am Anfang nicht so, weil der Afe immer weg war. Aber danach ist es aber auch einfach. Hallo, Grüß dich? Diesmal, zwei, zwei, drei, zwei, drei, zwei... ...zunehmen wir in den Kampf, ja? Oh, die P-Lab hier. Die holen wir jetzt weg. Danke! Ich brauche den HIGH CROWD. Ich brauche den Tank. Der Tank ist auch hier bei mir. Ja, bin direkt hinter ihm. Yo! Ich rede einfach nach wie�� Benut Abe. Das muss ich sein Schaller von oben drauf, ne? Nope, Tracer Danke, Pharah Setzer down Dein genommen So Ich werde schreddig gesagt Ich habe jetzt auch einen Affen Hm, okay Oh Oh, eine Maze Oh, eine Maze, scheiße Ach, bist du tot? Nice Falls du Heilung brauchst, kommst du zum Rand, ne? Alles gut, ich bin noch super drauf gerade, aber ja, danke Ich weiß nicht, wo du bist, willst du am Point? Ich bin unten, ja, ja Afro, komm wieder Hanzo 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 tot? Ja Unsere Pharah ist draufgegangen Vielleicht sind wir alle, wir haben genug von mir hier drüben Los, Hüppler, mach den Affen tot Not Im Ich habe auch 10 HP. Ich habe meinen Heal-Pad jetzt. Hey, nice. Die anderen sind wirklich gut im Haufen, man. Ja, sag immer gut, wenn man zwei Healer hat. Einer ist zu stressig, weil er immer hier entherlaufen muss. Zwei sind wirklich ideal. Hey, Farah! Farah kommt ja auch nicht wirklich zum Zug, finde ich. Na, sie bemüht sich, aber es darf so... Die Gegnerische, Farah, meine ich, ne? Ach so, die Gegnerische. Ich bin Farah hier, hier fehl am Platz. Um Gebäude bin ich Farah immer fehl am Platz. Ich finde, ich bin die gebraucht. Ja, unser Tank aber auch gerade. Ja, alles gut. Hast du? Danke, alles gut, Marco. Komm her! Komm her! Komm her! Nein! Du bist so echt nice! Ich bin total zerstört, das Gegner-Team, ey! Aber richtig! Oh, Reaper da noch! Tracer-Fistle! Oh, mein ich, nice! Also das Team ist richtig cool! Spiel des Spiels! Ich wundere, was er machte! Herr, du steigst mich! Oh, kein... Ich find's immer cool, wenn man den Hain und ein bisschen den Knight... Oh, ja! No, ist was? Mehr ist nicht passiert? Na ja, Poult ist die Knight, ist auch in Ordnung, Alter. Was willst du da denn? Noch mehr machen? Oh, Marco, komm her, du hast eine gute Mercy. Manchmal! Ich hab den Epic da bekommen! Nice! Knapp 8000 Heal! Ich hab den da mit in unsere Gruppe reingenommen, den Typen da! Oh, okay! Oh, neues Portrait, Rang 40! Ah, jetzt haben wir einen mehr hier! Ah, King's Crow! King's Crow! Ah, wir greifen an... Wir haben Lucio, das ist schon mal nice! Nimm ich ja wieder Reaper! Ha! Es ist Standard, wenn du offensiv sein willst! Ey, eigentlich ist Soldier Standard, finde ich! Soldier auch! Ah! Mengst! Ob der zu viel StarCraft spielt? Wer? Ja! Der Hansel von uns mit den Namen! Boah! Weiß nicht, ob ich den Affen nehmen soll? Äh... Ein Reinhardt wäre, glaube ich, besser, aber den kann's nicht so gut. Probier mal einen Affen! Kann auch gut sein! Ein Reinhardt ist nicht so gut! Ich kann aber keinen Reinhardt spielen eigentlich, aber ich geb mir Mühe! Ja! So mit Tykes oder das T-Rail! Und noch irgendwo so ein kleines Easter Egg von Blizzard! Ah, hier übrigens mein... mein Spray, ne? Hearthstone, ne? Ist doch klar! Was, welches, hä? Was, was? Wer auf dem Laptop mit der Hearthstone spielt? Hier! Wo bist du? Mein Spray hier vorne bei der Tür! Ich bin euer Schild! Ah, mein Freund! Was ist das OCC standing around? Ja, so ein... Ja! Man kann ja auch Leute umschmeißen, oder? Äh, ne, nicht, aber der geht das Schilde durch! Ja, das schuldigt! Oh, wie soll ich das so動me? Oh, das auf dem Laptop! Oh, was ist das so動me? Oh, was- Die, 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 die die Leute in der Tür gehen können? Oh, was ist das so? Oh, was soll ich das denn tun? Aus Oh, was ist das so动画? Was? Oh, was ist das so动画? Oh, was ist das so动画? Oh, was ist das so动画 hier? Was ist das so动画? Was ist das? Von hinten! Eine schlechte Metra Guck mal ob ich am besten vorbeikommen kann Vielleicht kann grad nicht, ich will das machen hier oder? Dann wir barrieren die Barriere Willst du das vorrücken hier irgendwie mal? Rudelmaker ist tot Nice Was sind denn zwei Schilden? Symmetra ist tot Zehn Yachter haben wir, wir haben's Oben ist noch die Rudelmaker Achtung Hab ihn Halt 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 Ich kann nichts machen hier. Ich kriege die Waffe. Ich kriege die Waffe. Hm fast schön. Fast schön. Irgendwann habe ich aber Wissure Summation. Ich habe keinen Plan wie ich es hier vorrücken muss. Okay. Ja, das ist doch schön genug. Das muss ein anderer machen. Ich kann das nicht. Ich habe den Schildgerät gekillt. Das hat was für den Schildgerät gekillt. Damn it, I am. Was? Was? I AM THE SHIELD GENERATOR Ich hab's voll erwischt Nur Genji lebt noch Sag dir alles gern I AM THE SHIELD GENERATOR Gently Weepii Der Batch schon noch von den F.G.A.L.S. wird mein Geh willen und schon wieder ein Move weggemäht Wicht mir das so cool wenn er so ein Ulti zirn ineinander stirbt, ey J-du-du-du-du-du-du-du-du Oh, kommt die Ulti? Ah, Pera, ich bin ja da. Down! Oh Mann, was macht das Team denn? Die Team macht halt nicht so gut, ich kann das gar nichts. Soll ich die wahrnehmen? Na, probier mal. Ein bisschen mobiler sein, nicht so statisch. Nenne ich nämlich auch noch mal einen Tank, irgendwie kommen wir nicht voran. Bäh, Batschen hat mich gesehen. Hey Batschen! Bäh! Bäh, Bäh! Bäh, Bäh! Bäh, Bäh! Ok, 2. Bäh, Bäh! Ja Mario, schädlich. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ja. Ja, wir sind schon wieder tot, in every way, God. War nicht so geil, die Runde, aber... War doch nicht so weit. Doch, ist so weit. Oh, der Affe noch. Oh, ich bin Solo, Juni, haben wir das geschafft? Sind jetzt alle tot oder was? Ja, ich weiß nicht wie. Das ist nicht mein Bestes bei dir, weißt du. Sag, wir werden's geschafft. Ja, hab ich auch gedacht. Wir hatten die alle geholt, wir waren die Paladin am durchziehen. Dann waren nur drei Gegner und so. Und ich hab zwei von ihnen geholt, auf einmal war ich allein. Da dachte ich mir so, wo ist mein Team? Wie immer sind die gestorben? 30 Sekunden. Ja, ich fühle sie! Ich bin tot! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab's geschaut! Ich bin tot, ich bin tot! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Du bist so ein Boss! Monkey, ey. Ja, der Monkey. Oh, ja. Du bist ein gestörter Affe. Du bist ja ein Wissenschaftler. Du bist ja ein Wissenschaftlicher Affe. Ein Wissenschaftlicher Affe? Mooooooon, was ist das denn für ein Dreck, ey? Plotzer, wie, 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 wie? Wow. Genji gerade erledigt? Yeah! So, man. Oh, da fliegt ja die Farah, ne? Bin mal gespannt, wer jetzt eigentlich Play of the Game bekommt. Ja, so doll war's nicht, hätte ich gesagt. Ne, das war sehr spannend. Oh, ich hab's bekommen. Für welche Ulti war's denn? Ich hab viele genutzt, die gut waren. Hahaha, dieser Arschloch-Move von mir. Ja. Die, die, die! Die, die! Boah. 34 Kills insgesamt. Boah, 32k damage geblockt. Nett. Der Bestchen hat der 30k damage gemacht. Die kranke Sau. Kann man fahren. Ich hab 13.000 gemacht, so als Vergleich. Ha, geil, wa? Also, ja, würde ich das ganz okay finden. Ah, das ist Reinhard, 20k damage. Ich werde auch noch mal auch nicht, haben wir noch was weggeblockt. Na, das sehen wir dann Schild durch. Also, wir werden noch mal auflixt. Das ist nicht so, wie ein Gericht aufgericht. Das war ja, ich habe ja doch mal aufgericht aufgericht. Das war ja auch vorbei.